Wer hat da gerade versucht was aufzumachen? Ich hab was aufgemacht. Schon wieder Bier, hä? Du brauchst direkt schon wieder Altgrin. Radler ist kein Bier. Das stimmt natürlich. Ja, wir wollen die Antwort machen. Willst du nicht wieder dieses lustige Spiegelblatt? Hallo und zwei Sekunden später. Fünf Leute gleichzeitig. Das funktioniert. Ne, dann 3, 2, 1. Und? Jetztlich. Willkommen. Oh boy. Du? Minecraft Karma, let's go! Finally. In der heutigen Episode werden wieder heftig Mütter beleidigt und auch sehr viele Chiaki Pox wieder eingeblendet. Ich hoffe ihr freut euch und lasst euch auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da. Um kein Video mehr zu verpassen, aktiviert auch die Glocke. Und natürlich könnt ihr auch, wenn ihr mich noch mal unterstützen wollt, ein YouTube Premium Membership da lassen. Kostet auch nur 2 Euro im Monat. Das hat doch jeder. Geht doch sogar für 99 Cent gibt's auch, ne? Oh ja, wait, das waren 99 Cent. Oh, noch besserer Deal. Lagt ja zu. Und du kriegst Minecraft Premium. Yeah. Kostet auch mehr. Kostet auch mehr. Ja, same. Korruption beginnt, Digga, was? Oh, wer ist denn jetzt hier böse? Korruption beginnt, oh stimmt. Wir sind in der Politik angelangt. Scheiße. Wait, warum sammle ich überhaupt Cola aus? Ich bin Alchemist. Alchemist? Wait, hast du gerade gesagt, Alchemist ist Dogshit? Ist die nicht so übel, ist OP? Ja, aber das ist nix besonderes, ist halt easy ringen, ne? Werbung! Au. Alter, musst du auch noch leiser stellen. Oh, ich bin dort nicht. Doch nicht. Hat das F-Wort gesagt? Ja, das Pilger-Wort gesagt, ne? Alter, das sieht so richtig epic aus. Ah, ja, was soll ich denn jetzt? Bede reinballern. Jetzt steht Fisch die gesamte Scheißzeit hier AFK rum und macht irgendwas nebenbei. Und wir sehen die Widder dann nicht cool. Ich auch. Ähm, haut mal ne gute Idee für Clay raus. Und Moos muss ich noch hinzufügen. Ich hab gerade meinen Lieblings-Youtuber-Dream erwähnt. Oh mein Gott, get out of here, man. Äh, ja, Somi, was ist jetzt mit Chords? Oh, ich hab ein Stack Brot, let's go. Ja, ich bin grad beschäftigt. Ja, okay, dann eben nicht. Ja, sorry, dass du bei uns die Monster eingestellt hast. Können wir nicht haben, ist Heads für dich. Wir haben jetzt viele Samen. Er will seine Samen in mich reinpflanzen. Bitte helft mir. What the fuck? Hallo und herzlich willkommen bei Minecraft Karma. Minecraft Karma. Ja, gut, ich werde dich dann verlassen, ne? Wenn du ein Haus baust, viel Spaß. Aber ich schreibe ein wichtigeres vor. Und zwar die Welt-Herrschaft zu übernehmen, genau. Okay, viel Erfolg. Oh, wer war das? Oh, wer war das? Das war mal doof. Du musst die Welt retten. Ja, der Welt-Übernehmen-Inator. 3000. Und eins, glaube ich, immer. Irgendwie sowas. Ja, das war immer der Inator. Und dann, ja. Das war actually gute Sendung. Und dieser eine Film, wo... Wie hieß nochmal, wie hieß nochmal die Schwester? Okay. Ah, kein... Hahaha. Er hat's actually nie gesagt. Hahaha. Hahaha. Er hat's actually nie gesagt. Hä? Ich hab nur keinem gesagt. Er ist mir aufgefallen, worauf du herauswolltest. Oh, wohl. Hä? Versteh ich nicht. Wie heißt die Schwester von Phoenix and Ferb, Fabi? Deine Mom. Ich sag gar nix mehr. Jetzt ob du es nicht weißt. Ja, Fabi hat's nie geschaut. Ja, er hat's halt einfach nie geschaut. Wow. Weil Duffy ja merkt, dass Stormy Linted sofort Candice geschrien hat. Wait, Penn? Kevin, äh, nicht Kevin. Wie Penn ist der... Ich hab vergessen, dass ich kein Schild hatte. Wait, Penn, kriegst du Starter-Items? Äh, nö. Wait, wo muss ich sein, dass du die bekommst? Ich bin auch böse, von daher... Bro. Böse? Anscheinend. Ja, weil mein Karma gesunken ist. Ja, aber... Also, als du kurz gestorben bist, hast du kurz auf Schwarz appeared. Wait, Penn, wo bist du? Ich kann dir ein bisschen Essen geben. WTF sind hier viele Mobs, Alter? Bin... Oh, wait, ich bin gar nicht 0, oder? Kevin. Hey, wo bist du? Ich bin am Spawn, wo sonst? Ich bin kurz auf K. Oh, wait, da ist der Spawn, okay. Minus 50, minus 10. In Bonn? Oh nein, jetzt kann ich nichts mehr abbauen. Wait, bin ich so nah? Ja, muss so sein. Ich glaub 50 Blöcke oder so. Warte, was gilt denn schon als böse? 50 Blöcke! Was gilt denn schon als böse? Wait, nur böse? Oh, ich seh dich. Nur böse Leute können ich spawn, oder was? Ja, nur böse Spieler. Ja. Und... Oh, wait, dann funktioniert die Sturt nicht, die ich machen wollte. Was denn? Mich einbauen, dann spawnen und dann aber chillen. Wait, was brauchst du? Brauchst du Essen? Gib mir einfach alles, was man auch so transformieren kann. Was kannst du alles transformieren? Gib mir einfach alle der Neid. Ja! Ach so! Is this a robbery? Nee, geh einfach die Items durch. Ich habe ein Bett. Nein. Ich habe Kohle. Wirst du dein Minecraft Bett neben meins stellen? Oh, ich habe Äpfel. Kannst du mit Äpfeln was machen? Goldäpfel. Oh, bright. Die behälte ich jetzt einfach. Spaß. Hier. Wait, warum... Okay. Nein, behalt einen. Was ist denn wieder mit der Welt los? Schon wieder über 1000 Blöcke? Einfach Ozean, Junge. Irgendwas sonst? Ähm, Eisen. Wo? Nein, gib mir ja. Schmelze ich. Wait, Action. Ah? Aber nur eins. Hast du das scheiß Map ausgesucht? Okay, das ist okay. Äh... Kannst du was aus Cobblestone machen? Nein. Ja, im Ofen. Keine Ahnung. Pff. Steine Rolle. Steinspitzacke. No. Oh shit, er hat es gesagt. Ähm, 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 ähm. Oh, das muss gechiaki-pockt werden, sagst du? Weit ich. Immer. Wieso wegen Ho? Ich kann kurz noch mal was schauen. Noch mal. Da hab ich noch ein Video. Ah, ich kann mir fangen mit. So. Ah, als ob Pain noch irgendwas cutten würde. Actually, so wie jetzt nach dem Larp ist, wenn man nicht starten kann. Actually, Pain und cutten, ne? Also, die Episode, die ich heute geschaut hab, die war übelst gut gecuttet. Ich fand das sehr lustig. Jaaaa. Du schaust die Videos? Ja, ich schau dir. Einfach kein Erfolgs-Fan. Der muss ja auch wohl ich cutten. Ich bin genau der Anti-Erfolgs-Fan. Ich kannte Pain nicht als er erfolgreich war. Imagine when ist einfach kein wahrer Erfolgs-Fan. Ja, ich bin einfach Cringe-Fan. Bro, hier liegen keine Äpfel, warum nicht? Hab ich noch Bäume abgebaut, da unten. Ich hab'n Dungle gefunden. Ich kann auch die Seeds aufsammeln. Oh, die Samen. Die hab' ich dahin geploppt hab' sonst was. Oh, da hast'n noch Fall. Gänz' ich die Samen. Okay. Ja, moin, was soll ich denn jetzt machen? Hast du Essen? Ja, hab' ich. Kann auch nicht gekocht sein, ne? Ja, ich hab' Essen. Weil dann, äh, koch' ich das. Okay. Was ist mit deinen Samen? Eiern? Das ist so witzig. Ah, okay. Wann ess' ich denn jetzt eins? Das ist die Süßen jetzt. Das ist so dumm. Das ist so lustig. Oh! Du Opfer, Kevin. Mittlerweile bin ich so gut, ich kann wieder abbauen. Ja, okay, gut. Jetzt kann ich nicht. Ich hatte, ich, ich hatte actually, nach dem Baum, hätte ich dich rausgelassen, aber... Oha, Kartoffel. Ja, okay, gut. Ah, wait, brauchst du eigentlich noch was? Also, that's for real, brauchst du noch Essen oder so? Nein, das passt. Okay. Imagine, Bilder, Weine, Neta, Fäden, dass du nicht machst, um ein Portal zu holen. Ich glaub' ich nehm' mal die Beine in die Hand jetzt ganz schnell. Oh, no. Das ist ja schon lustig irgendwie. Das könnte ich eh nicht killen. Und ich bin eh gut. Oh, nee. Warum bin ich ruhig wahr? Oh, nee. Jetzt sind jetzt alle Geist für immer. Ich seh' die Mobs nicht mehr, nein. Bro. Jetzt kann ich keine Tiere killen. Auch alle Mobs, Digga. Für die gesamte Runde. das ist der größte scheiß es ist noch besser für mich eine bilder und unsichtbar man sollte sowas kanzeln kann man sowas kanzeln ich kennst du dich gleich junger die schönke anderes event ich glaube nicht vielleicht wird sich das dann ja und er gibt nicht wenn kann koden was hast du gesagt was hast du gesagt Junge das Event ist der größte Scheißdreck das lernt man legit in der sieben Klasse das ist schon mal in der gleichen Situation von mir mal aufgetaucht glaube ich wait können mich Mobs sehen wenn ich sie nicht sehen kann wenn du nicht nah genug rangehst dann sehen sie dich oh er ist bei mir kriegt diese Items glaube ich nicht ich seh die Partikel ja geil blaze farm bro du siehst die blazes nicht mal das ist das Problem ja Luca ne für spaß die Hasen zu farm hast du keine Items Bro ich bin halt ich bin 30 Blöcke vom Spawnwerk Herr Stormy bist du im Nether? nein aber ich wollte oh witzig man sieht keine Creeper aber richtig lustig wait was ist mit Mobs ja was ist mit Mobs die Rüstungen haben sehe ich pigmen oder piglins ja sollte man sehen der Geist wir können zusammen bauen nimm mal Krabbel und dann bauen wir nen Castle ey Womki wollen wir uns im Nether treffen ja irgendwie weiß ich nicht ob ich dich treffen will sag ich wie so wie es ist ich kann nicht was passiert ist du hast Kevin ja letztes mal weggebettbomb ich wollte dir heben mit den Chanting und so du hast Kevin letztes mal weggebettbomb ja weil Kevin mich angreifen heute hä wir waren wir sind alle auseinander gelieft und auf einmal gibt es eine Konfrontation zwischen euch beiden ey der Stormykind ey der Stormykind wir haben nicht nur ein bisschen angelt das hätte ich noch mal ein bisschen angelt toxic haben wir dich getötet? wir haben ihn noch einmal geangelt das war ziemlich lustig hm wir haben Stormy gerangelt wie ich seine Mutter mein spawn ist Pockers ok seit wann gibt es eigentlich Stonyshaw 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 oder wie heißt der? Stonyshaw 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 WTF I'm Horny I'm Horny Horny Shark Dude oh nein besser wirds nicht ich könne mir grad mal ein bisschen Gunpowder äh hier Blaze Powder Bienen sind aus bestimmten Winkeln nicht unsichtbar ja wie siehst du wie Blaze ist oder brennen die ach ne die brennen ja ne ja wofür müssen die Blaze killen wenn wir zwei Alchemisten ja warum sollte ich Blazes töten und irgendwoher Gunpowder bekommen wenn wir Alchemisten haben weil wir zwei Alchemisten heißt das ich kann auseinander lieben und einfach ja weinen ja ja mein Cover ist gestiegen Ben wusstest du dass ich deine Mutter richtig heftig gäbe so und dann und dann und dann ja man ja ja man komm in die Gruppe und dann irgendwie so komm in die Gruppe Zehnhunderttausend Euro Zehnhunderttausend Euro Zehnhunderttausend Euro I mean you're the Pro Builder ich der sah ja was ja ey irgendwie haben die auch nochmal so ne Werbung gemacht wo sie selber sagen dass das was die erzählt haben Bullshit ist haben sie echt? ja wer ja ja die die das gemacht haben komm in die WhatsApp Gruppe und verdienen dir einen Tesla ja das sind ja auch Schauspieler gewesen die da in den Videos waren ja ich hab da so ne Doku mal damals angeschaut wie die ganzen YouTuber die von Raid Shadow Legends gesponsort wurden hm I don't know Eingang machen wir später actually so funny ich hab mir so ein Video angeschaut über warum Mobile Games super schlecht sind und addictive und dann so but first of all let me tell you about todays Sponsor Raid Shadow Legends und das war actually unironisch äh Raid Shadow Legends is aber keine Re-Game oder? Sponsor nicht jeden Content dem ist vollkommen egal gibt es keine PC Version davon? nein 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 doch 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 hab zwar keine Beweise aber doch hast du Beweise Paine? hast du Beweise Paine? Can you back that up with a source? my source is dead and I made the fuck up fuck up sendet er abends schon mein Fisch spielt echt Schach hab mir grad ein Screenshot gesendet also vor 10 Minuten ich will Revelling Karma spielen ich will kein Boki spielen Schach die Menschen Schach spielen äh richtiger Nerd Digger das find ich so krass ne immer wenn ich so erzähle dass ich Schach spiele denk ich mir so dass die Leute irgendwie so sagen äh so so Nerd äh juckt mich nicht und so die meisten sagen so cool ja actually ist das irgendwie finden voll viele das cool aber keine Ahnung warum Schach ist immer so anerkannt als so Bigbrain Sport Bigbrain Time ähm wir haben Bigfranche Warte was war das nochmal? ähm Amongo ne was war das? Amongo Squid Games das war Squid Games Squid Games Squid Games Squid Games Ich habe Minecraft Squid Games gewonnen und habe auf einen Discord Server Premium rangerlangt Was ist Minecraft Squid Games? Minecraft in Minecraft Squid Games Minecraft in Squid Games Minecraft in Squid Games Don't 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 Das war doch mit deiner Nichte oder? Ja das das in der Klasse rum ging und alle Kinder übel zu gestern sind Oh Gott das ist so dumm ne Ist das einfach Rebecca Wing oder wie die hieß die das verarbeitet hat? Ohhhh Hä? Wer ist Rebecca Wing? Das ist dieser eine YouTuberin die der übel Clickbait ausgenutzt hat Die ist so richtig cringe Nein bin ich jetzt Ich bin nicht mehr Pazifist Ich bin nicht mehr Pazifist weil ich ihn einmal geschlagen hat Hab Hab Du musst mehr Du musst mehr Er hat auch Er hat auch Bin ich tot? Nein Der andere ist schon tot Ok 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 Digga warum ist das schon hektebösende WTN? Weil das jetzt individuell nach Spielanzahl ist Oh nein Das hat Carstens Changedock zumindest Boah das ist echt? Ja Ich hab die Changedock nicht gelesen Oder du isst einfach nochmal irgendwas und schaust bevor Da ist ein Geode Ich hab ein Geode gefunden Easy Ähm Was bringt das nochmal? Hä? Enderperlen Enderperlen Mann das ist halt echt einfach ganz ehrlich Pain diese Rollen sind einfach Mann jetzt muss ich mich aber wieder beschweren Ich bin walkie talkie Ich bin ein richtiger Hater Ich kann auch meine Fresse halten Nein nein das ist gut Okay Wer hat Bierhelm Fabi 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 ist der Böse Fabi ist der Böse Fabi ist der Böse Fabi ist der Böse Dass du wenn du was Böses machst halt Blitz getroffen wirst oder so oder wenn du was Gutes machst so weißt du auch Der Blitz beim Scheißen trifft oder was Er wär echt voll cool Man sollte mal so ne Scheißen, ne Minecraft Mod machen Halb du kriegst den, du kriegst den Minecraft Pup Mod Minecraft Pup Mod Scheiße Well played Alter, alle Bösen ausgelöscht Wer hat Wayne gerade gekillt? Alp hat Fabi gekillt Weil Lul Team Will Nein Luca hat ihn gekillt Raven hat ihn gekillt Wer hat jetzt die Äh Äh Fabi ist tot Luca ist jetzt auch ein Bellizist Will, was macht Payne eigentlich, der ist so still Endgamed Und ist gell Payne Payne spielt gerade Elden Ring Carsten Clan böse Sache Mhm Haha Carsten spielt Elden Ring True Hahaha Er ist einfach nur AFK Minecraft Er hat selber kein Backup Karma Du hast Backup Karma Stormi Warum mag eigentlich niemand Karma? Heißt nicht, dass ich's nicht mag Warum mach eigentlich schon Ne, das sag ich nicht Warum mach eigentlich schon Das sag ich nicht Warum mach das Stormi eigentlich nicht Hahaha Sag's aber selber Jo leg dich nicht mit uns an man Wir haben auch Fabi umgebracht Fabi ist besser als du in PvP Ja genau Mh Mann das war ein Joke Alles gut Oha Hahaha Weißt du, ist halt beide sehr gut in PvP Wir sind halt immer ganz still Carsten Was war ich? Wer hat dich hier penetriert in der Bikepack Season, he? Ja du hast fucking abgestopft von Halle Was du abgestopft, was willst du eigentlich? Dein teammate hat dich gekillt, Alter was willst du denn? Warte ich bin gleich, siehst du das Haus? Was ist das Haus? Siehst du den Bus? Siehst du Struh? Ey yo Stormi Was? Kennst du den Clown der sich vor dummen Leuten versteckt, hast du ihn schon mal gesehen? Ronald Mcdonald Nee Nee du hast ihn nicht gesehen, Jahre, dann mal drüber nach Dormi Stormi Stormi Warum hat das Chicken überrascht den Weg? Richtig witzig heute wieder Anderen Um zum Idioten zu gehen Klaas hat so viel Radler getrunken Klaas 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 Junge wo ist das Kackhaus? Was meinst du für ein Kackhaus? Klopf klopf Das Hühnchen Das Chicken Das Chicken Achda Witte Warum Warum ging der Hund über die Straße? Achja Mein Schander Um das Chicken zu holen Nein, um den coolen zu besuchen. Klopp, klopp. Du darfst nicht angreifen. Wer ist da? Das Hühnchen nochmal. Uff. Welcher? Also das ist Kevin, wer ist das? Der Alp. Der nice muster, unenchanted. Ja. Nein, du killst hier niemand. Das ist mein Haus. Hier wird niemand gekillt. Pack das Schwert weg. Werf das Schwert auf den Boden. Wenn du nochmal Werf sagst, dann rufe ich live deine Deutschlehrerin an und erinnere sie daran, dass du zusammenschlagen und auseinander geschrieben hast. Werf das Schwert auf den Boden. Soll ich? Hast du die Nummer? Hast du? Also man kann ja locker. Also ich habe eine Nummer von einem anderen Lehrer, den können wir dann fragen, ob der die Nummer von der hat. Ich erinnere sie live daran, dass du zusammenschlagen und auseinander geschrieben hast in deinem Leben. Ruf nicht um 3 Uhr nachts deine Lehrerin an. Sie wird nicht ab. Stopp, stopp, stopp. Nein, 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 nein. Ähm, ich dachte... Das muss dann eigentlich klippen. Das ist ziemlich falsch. Ich dachte gerade... Ne, das war leider nicht so lustig, weil es ist jetzt Sonnenuntergang und das war in Erinnerung meine Blumen zu gießen. Das war eigentlich nicht, dass die irgendwen anderen buchen wollte. Wäre einfach geil gewesen. Oh, warte, warum habe ich glowing? Weil ich böse bin oder was? Nein, weil du Schaden genommen hast. Wenn du Schaden nimmst, glowst du kurz als äh... Glow Squid Squid Games. Squid Games. Squid Games. Das ist aber ein Fenster. Ist auch fest. Ist auch fest. Ist auch fest. Sieht nicht gut aus von der Zeit her, Leute. Uff, uff, was? Ich baue mich einfach ein, ihr könnt nicht abbauen. Oder wir bringen ein paar Leute um. Wir können einfach Leute umbringen. Warum sind so viele böse? Tötet mal Kevin. Ey, sorry. Walk him, sorry. Digga, ich baue ein schönes Haus. Ich bin literally der Einzige, der ein bisschen schlechteres Karma hat, weil ich legit hier ein paar Tiere umgebracht habe. Und... Er hat ein Diaschwert drauf, drauf, drauf. Ja, er hat irgendwie ein bisschen Zeit am Spawn verschwendet gerade. Kann das sein so? Ja, ich hab gefahren. Das ist nicht. So ein bisschen viel, ne? Ich hab gefahren. Ja, also ich hab von Anfang an gesagt, mein einziges Objekt... Ey, Stormy, wo... Stormy, wo sind... Wo sind denn die Arme? Ich bin grad am Scheiß. Nee, ich kann grad... Boah. Boah. What? Ich hab dir doch meine Cots geschrieben, Keg. Ja. Glaubst du, ich liest den Chat? Hä, was ist das für eine Aussage? Abgehoben. Abgehoben. Er antwortet nur noch auf die LinkedIn-Privatnachrichten. Er antwortet nur noch Leuten, die... Aber nur von Premium-Leuten. Was heißt hier Killed-Mal-Walky, Junge? Dann Killed-Stormy. Nein, Spaß. Ich hab gar nix gemacht, gar nix. Ja, Killed-Stormy. Killed-Stormy. Ja, nix mal. Yeah, genau. Ja, echt mal. Er trägt nichts bei. Wait, man sind keine Name-Tags, wenn man uns nicht weiß, ne? Boah, das ist jetzt so ein Krampf. Wir fighten nicht. Wir machen's wie ein Danganronpa. Wir versprechen uns alle, dass wir uns nicht mehr umbringen. Oh no. Oh no, somebody died. Ich werde dafür sorgen, dass... Hast du noch Äpfel? Hast du Äpfel? Ja, ich hab Äpfel. Ja, gönn mal. Wo bist du? Der mit dem Diabrosplotter. Ja. Der mit dem Diabrosplotter. Danke. Ey. Uuuuh. Uuuuh. Volk, volk. Nein, 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 nein. Lass, lass, lass. Das wollte ich schon immer mal machen. Jajajaj. Will er was umgebringen? Es war ein Scherz? Lustig. Ja ist auch hier ein Scherz, guck mal, guck mal. Wie er immer den Cheat hat. Was ist denn Profi? Wait. Hey, was ist denn mit den Wizard Turken und dann einfach warten? Jetzt fällt er so rund. Richtig gut. Ich hab meine Hose ausgezogen. Ich auch. L-A-G-E-A-F-D-B-U-E. Oh no. Oh no. Ich bin noch viel schneller. Fertig. Ah. Das ausbremst. Ah, Feuer, 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 Feuer. Leute, ist nur ein Blitz eingeschlagen oder ist auch ein Creeper gespawnt? Weil ich in einem Creeper glaub ich grad stand. Good old times. Also, ich weiß halt nicht, Leute. Was ist denn, wenn wir den Wizard Turken? Ja, dann spawnt ein neuer. Yo. Das ist sick. Achso, warte. Das krieg ich nicht, ne? Die ganzen alte Mist Scheiße hat absolut gar nichts gebracht. Äh, ja, Leute. Irgendwie hab ich das Gefühl, der Timer geht nicht weiter. Kann das sein. Toll gemacht, Stormy. Was hab ich damit zu tun? Wow. 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 Es ist stark. Es ist stark. Es hat aufgehört zu regnen. Let's gooo. 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 Wait, taucht noch ein Wither auf? Da vorne ist ein Full Iron Dust Walkie, by the way. Ja, das bin ich. Ich chill hier mein Leben. Ich hab schon gefragt, warum dein Haus nicht aus Dings ist. Warum schlägst du? Warum schießt du mich an? Aus Dings? Warum schießt du mich an? God is coming. God is coming. Ich flieg mal weg, Jungs. Carsten, kannst du nicht die Melodie von dem God is coming in resource picks machen? Nein, die werden alle uns sichtbar. Ja, lass doch. Achtung, nein. Ein Schlag. Ein Schlag. Das ist so sichtbar. Abbruch. Abbruch. Ja, easy. Das ist easy, cool. Wir brauchen eigentlich immer wieder neue. Ja. Warte, kann ich den transformieren? Achso, ja warte. Hier. In nem Beaten. Oh, die Ruhe. Okay, komm auf zum nächsten. End-Portal. So. Fisch ist es. Fisch ist es. Fisch ist es. Fisch ist es. Achso, scheiße. Nee, ist kein. Go! Ja, wissen Sie, was ist runtergefallen? Oh, Jobbrun. Springt, 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 springt. Du bist da runtergefallen. Ja, ja, ja. Ich werfe Stormy ins End. Ja, ja, ja. Scheiße. Warte, warte, ich belebe Fisch. Warte, Fisch ist wieder belebt worden. Ja. Unseen age. So, jetzt machen wir mal so zack. Hat jemand noch Pfannenbogen? Äh, ich hab keine Pfannenbogen. Noch ein Stackpfalder. Also Bogen. Nein, Bogen war nicht. Ich hab nur einen. Aber warte, ich töte einfach die Spinne von den Total Abominations. Man. Oh, let's go. Ich bin oben. Oh, ich bin so clever. Du kannst mit dem Feuerzeug den Creeper bei der Tür. Ja, das war der letzte, äh, der, der dritte Sword. Hat jemand Bogen? Oh, man hat super einen Augenblick. Hier ist eine Witch mit einem... Oh, fuck. Wechsels. Optimiert bis zu geht nicht mehr. Doch, hab ich nur Loading to Rain gesehen. Ja, ja. Drachen. Drachen Perch. Nein, da. Boah, warte. Wir wecken. Ich jeetet. Ja, hallo Pfannen. Drauf, da drauf, da drauf doch. Warte, warte. Warte, warte, wo bist du Kevin? Warte, warte. Wo bist du Kevin? Warte, wo bist du Kevin? das gelaber übertönt ok wo bist du hier hier hinternehmen im haus ich bin im haus wir haben alle stunden wo es kam auch nicht rein bist du hier drin ist das ein polarbär wir kämpfen gegen den klima war nein ich sehe hier sachen und ich habe